I'm coming home, I'm coming home, tell the world, I'm coming home. Ja voll, können wir auch ein wenig so schnurren, oder? Ich denke es auch, das ist kein Problem, Lufu. Ja, wir schnurren mal ein bisschen so, das ist ja... Mal der erste schweizerdeutsche Stream da, voll geil, mit dem Heimdall. Der richtige schweizer Fursooter, mega cool. Alter, ich seh nicht warm in dem Kostüm. Cool. Echt Hammer. Sometimes I feel I've got to get away. I've got to run away. Da bekommt man direkt Durst. Der Kongstrung, so ekelhaft. Der Kongstrung, so ekelhaft. Der Kongstrung, so ekelhaft. Der Kongstrung, so ekelhaft. Waaaaaah. Tschüss. Der Kongstrung, so ekelhaft. Ihr werdet jetzt direkt mit dem Heimdall. Opa. Er boter. Nicht mal für 1.000.000 Euro würde ich das esse. Opa. Die Handygeneration. ob ich das nur die tastatur von meinem handy also wo ist mein pfeil nach oben ja ein schaltungszeichen anwarte ich habe eine bessere idee was du bist ein klar busch der bär sammler ab mann und ist raus hast du das überhaupt mit den vermietern abgesprochen der gönnt ihr abmahnung ja gönn doch abmahnung er soll kommen und sich mit mir prügeln der kriegt angst wenn er mich sieht schöner trick die schaut so gut aus in der kamera ich schwöre es macht so viel spaß das sieht schmerzhaft aus nicht jugendfrei kinder schokolade ne bitte nicht man hat es kommen sehen noch mal machen wir müssen diesen nagel reinkriegen ui ui das geht nicht ich hab richtig angst ich kann das nur so vielleicht ein bisschen nein aber das ja was ist das für ein hammer ich hab Angst ich hab übrigens ich hab es geschafft leute ich bin unglaublich fame denn ich bin mit dieser grimasse der thumbnail von einem best twitch clips deutschland oder so geworden mal da war mein bild drauf wie ich absolut bescheuert aussehe herzlichen dank an der stelle ich brauche dieses andere da diese andere die alter ich packte alter nicht das geht nicht okay da sieht man wieder wer sich die freiwillige gibt hat die kontrolle über sein leben verloren imagine aber die Bis zum nächsten Mal.